Im kommenden Jahr feiert die Volksbank Schermbeck EG ihr 125-jähriges Bestehen. Aufgrund dessen hat sich die Volksbank eine tolle und nachhaltige Idee einfallen lassen. Werden auch sie Teil eines außergewöhnlichen Kunstwerks. Hierbei handelt es sich um eine Fotokollage mit Ihnen und möglichst vielen weiteren Mitgliedern. Die fertige Collage soll 1800 Fotos enthalten und wird in der Volksbank Schermbeck und Galen ausgestellt. Und so einfach geht es. Es gibt zwei Möglichkeiten. Besuchen Sie uns in unserer Hauptstelle in Schermbeck oder die Filiale in Galen und lassen ein Foto machen. Oder laden Sie einfach unter vb-schermbeck.de-125 ein Bild vom PC, Tablett oder Smartphone hoch. Das war's schon. Die Volksbank Schermbeck ist eine Bank mit vielen Gesichtern. Unterstützen Sie uns, seien Sie dabei und werden auch Sie ein Teil unserer einzigartigen Collage. Das war's schon.